Hallo zusammen, jetzt seh ich zu Hause, aber ich möchte euch einige Informationen zu meinem diesjährigen Besuchertreffen geben. Das Treffen findet vom 27.8. bis zum 29.8. statt. Am 28.8. findet die große Sucherrelle statt. Wer davon euch teilnehmen möchte, muss sich bis spätestens 12.30 Uhr bei uns dazu angemeldet haben. Das Treffen findet wie gewohnt auf dem Sportplatz SSV Roggendorf-Tenhofen auf der Sinnersdorferstraße 196 statt. Jetzt zu den Corona-Verordnungen. Also wer an den Treffen teilnehmen möchte, muss entweder einen gültigen Impfausweis mir erbringen oder einen Genesungsnachweis. Und wer beides nicht hat, ist aufgestimmt. Der kann sich in einem Testzentrum in eurem Heimatort dazu kostenlos testen lassen. Und diesen Test bringt er mit. Habt ihr ja dazu nicht die Möglichkeit, könnt ihr euch bei uns in Köln wohnen, das ist ca. 2,9 km von Veranstaltungsort entfernt, dazu testen lassen. Dieses Testzentrum ist auf der St. Tönnesstraße 47. Ich bitte euch, diese Sachen zu erfüllen, da ich sonst Probleme bekomme. Ganz wichtig, dieser Test muss einmal für Freitag erbracht werden und natürlich auch für den darauf folgenden Tag, für den Samstag. Ansonsten freue ich mich, euch alle mal wiederzusehen und sage bis dahin, tschüss, euer Markus. Ciao. Ciao.